Herzlich Willkommen beim Zentrum der Gesundheit. Mein Name ist Ben. Heute zeige ich euch eine sehr gesunde Buchweizen-Polish. Jetzt wir anfangen. Wasser in den Topf eingeben. Ein bisschen Salz. Und Buchweizen, ich habe vorgewaschen und lasse alle geben. Okay, jetzt ist es aufkocht. Und machen wir Lecker zu. Ich muss reduzieren. Nach 20 Minuten noch mal anschauen. Jetzt fertig gekocht. Wow, schön. Jetzt wir machen zwei Lepzeln. Eine ist fertig, eine ist süß. Wenn wir fertig gemischt haben, sieht schön aus. Voila, das ist fertig. So schön. Das ist gut, das ist gut. Minus ist mega gut. Und sehr gut ohne Fett. Eiweiß. Das kann man auch abnehmen. Hier ein paar Frühstück ohne Fett. Das ist sehr gut. Und ich schieße es noch besser. Ich habe aber gerne schießt. Also vielen Dank euch für den Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch gesund. Bis zum nächsten Mal.